hallo habt ihr euch mal gefragt wozu diese beiden dinger beim dosenöffner sind ich will es euch mal zeigen machen jetzt einfach mal konservendose auf ist eigentlich ganz simpel ich weiß nicht ob da einer schon drauf gekommen ist von euch weil man hätte das pech dass man sich öfter mal die finger wehtut beim dosenöffnen durch die schaffen kann jetzt nimmt ihr diese beiden knupps ist das wie eine zange klemmt den deckel ein und zieht ihn ab ihr habt euch nicht wehgetan das auch nicht anstrengend